Musik Musik 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, sind wir für Sie im Einsatz. Musik Dabei unterstützen uns modernste Technik und eine Vielzahl von Spezialisten-Teams. Musik Für unsere Patienten setzen wir täglich unser Know-how ein, um Leben zu schenken, Krankheiten zu heilen und Schmerzen zu lindern. Jeden Tag nehmen wir von Neuem die Herausforderung an, erstklassige Pflege und Medizin zum Wohle der uns anvertrauten Patienten sicherzustellen. Von der Grundversorgung bis hin zur Behandlung schwerer Erkrankungen sind die Patienten bei uns bestens aufgehoben. Zum Verbund der Oberschwaben-Klinik gehören mit dem St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg, dem Westallgäu-Klinikum in Wangen sowie dem Krankenhaus Bad Waldsee drei Akuthäuser sowie im Heilig-Geist-Spital in Ravensburg eine geriatrische Rehabilitation. Zudem betreibt die Oberschwaben-Klinik ambulante medizinische Versorgungszentren in Isni, Wangen und Ravensburg. Musik Wangen im Allgäu – Wohn- und Lebensraum für mehr als 27.000 Einwohner. Beliebtes Urlaubs- und Ausflugsziel mit wunderschönen Landschaften und direkter Nähe zum Bodensee. Die Menschen lieben das Allgäu, fühlen sich hier zu Hause und sie vertrauen ihrem regionalen Krankenhaus, dem Westallgäu-Klinikum der Oberschwaben-Klinik. Musik Mit über 200 Betten bietet es in mehreren Fachdisziplinen eine umfassende Grundversorgung für die Bevölkerung im Westallgäu und im benachbarten Bodenseeraum. Arbeiten Hand in Hand in den medizinischen Kompetenzzentren stimmen interdisziplinäre Experten-Teams Diagnostik und Therapie eng miteinander ab – für eine optimale Behandlung der Patienten. Unsere Spezialisten haben dabei direkte Zugriffsmöglichkeiten auf medizinische High-End-Ausstattung, die eine rasche, ganzheitliche Abklärung gesundheitlicher Probleme ermöglicht. Schonend und dennoch hocheffizient – modernste Operationsverfahren sorgen für größtmögliche Schonung und Sicherheit der Patienten. Menschlichkeit und Zuwendung – egal welcher Grund sie zu uns geführt hat, bei allen Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen stehen sie als Mensch im Mittelpunkt. Menschen mit schweren und chronischen Schmerzen finden in Wangen das größte Schmerzzentrum in Baden-Württemberg. Wir begleiten sie, wenn sie möchten, ein Leben lang. Egal was ihnen fehlt – bei uns sind sie in den richtigen Händen. In unseren Abteilungen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für jeden einzelnen Patienten. Persönlich, innovativ, kommunal ist mehr als nur ein Slogan – wir handeln danach jeden Tag. Teamwork wird in allen Bereichen großgeschrieben. Denn nur wer sich gut versteht, arbeitet auch gut zusammen. Wir bilden die Spezialisten von morgen in unterschiedlichen Berufsfeldern aus. Außerdem ist das Westallgäu Klinikum Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Ulm. Wir als Oberschwaben Klinik sind uns unserer Verantwortung gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern bewusst. 365 Tage im Jahr – rund um die Uhr – geben wir dafür unser Bestes. Die Oberschwaben Klinik – persönlich, innovativ, kommunal.